herz willkommen zu einem neuen video vom kanal mario ist wollig warm und wir starten super mario odyssey so angehen wir mal zu schnack-kehlchen und fragen ihn wo es noch monde gibt mir ist nicht kalt laufen auf dem eis ich kann ja leider keinen eintritt gewähren du siehst aus als wäre der schön warm da hat jemand mitgedacht sehr üblich komm rein wer ist nicht warm angezogen hätte ich nicht reingelassen ja danke da kann ich ja jetzt noch gar nichts dafür da kommt man gar nicht hoch und schon geht weg Oh mein Gott! Rennen! Mario! Warten! Jetzt hoch! Oh! Oh, ich hab ihn nicht sogar... Oh, da ist was! Aha! Mond! Lauf! Na hier müsste es doch auch noch lila Münzen geben, oder? Oder nicht? Nein? Echt nicht? Schade! Oh, jetzt rennen wir! Jetzt rennen! Schade! Hab gehofft, dass hier noch lila Münzen liegt! So! Ich hab nur einen von den Monden gefunden, die er... gesagt hat... Ja... Okay... Nach... Nach... Äh... Sauchen... Wahrscheinlich... Suchen wir mal nach... Ähm... ...dem Mond auf dem Eis oder sowas... oder? Leicht... Ich bin der Champion... Ja, was bist du? Schlotter Opa, endlich ist an der Rennfront wieder... Alles im... Beim Alten! Unser Rennen hier sind immer ganz großes Kino! Der große Preis des heutigen Rennens ist ein Mond! Na, hast du Lust am Rennen? Und halt so ein... Oh! Dann wollen wir das Rennen mal starten! Schlotter Grand Prix! Schneeflockenpistelklasse S! Oh! Scheruhr... Was ist jetzt das mit dem Chief ... Das wäre schon ein bisschen besser, wenn ich auch schon rauskomme. Das ist so cool. Ach, das ist super. Das ist so cool. Ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Ja. Das war nicht gut. Ich freue mich schon sehr, wenn du das nächste Mal an den Start gehst. Ja, jetzt. Du bist so cool. Du bist so cool. Ich hab's mal da gekriegt. Ich hab's nicht gelassen. Ich hab's noch mal. Du bist so cool. Ich hab's nicht gelassen. Ich hab's nicht gelassen. Ich hab's nicht gelassen. Ich hab's nicht gelassen. Mann, das ist wie immer eine Einflusschraße. Okay. Es war so schlecht. 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 Es ist schon mal von mir. hardness wird. A. kalt die Fisch zu tun hat denn der die Wissen nicht kalt in der Wasser das kann das sein, dass in der Wasser im Mond ist Komm schon! Komm schon! Komm schon! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neu stück, ok Hier ist nicht kalt Dann schau ich mal ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube ja nicht So kriegt man also den Mond Man muss mit unteren Näherum laufen und mit ihm ansprechen Und spricht man ja spricht mir mal mit dem Eindrucken nur ein wirklich harter Kerl, der sich nur in Unterhosen gekleidet, dieser Kelter aussetzt Du bist ganz schön hart im Nehmen Hier nimm das Okay, ich weiß nicht, wie lange ich für diesen Mond gebraucht habe Ich habe alles abgesucht und dann habe ich probiert Ah, vielleicht will ich lernen, wenn wir ja nicht will sprechen Ich muss irgendwas für ihn machen Man kann So, der letzte Mond ist verloren am Land Wir sehen uns gleich dort Zehn Monde braucht man Ich glaube hier Genug Ja, also ich würde mal sagen Wir haben mehr als zehn Die Odyssey ist leistungsfähiger Jetzt gleich im verlorenen Land Ah, nein, das müssen wir uns dran schauen Jetzt können wir ins Küstenland reisen Jetzt können wir ins Küstenland reisen Bowser, jetzt sind wir mit dir auf den Fersen Nein, Käppi, wir gehen mal hierher Bis gleich Hier ist er Okay, dann zurück ins Polarland und die letzten Lidermünzen suchen Wir sehen uns dann dort Wir haben also die einfachsten Lidermünzen ever verpasst Genau hinter der Odyssey Dann bis gleich, wenn ich den nächsten gefunden habe Also diese Lidermünzen Oh mein Gott Ich habe hier alles nochmal abgesucht Dann habe ich diese Äh, zwei Teile hier gesehen Und hier oben sind wirklich vier Lidermünzen Und das ist der falsche Weg Ja Jetzt fehlen uns nur noch drei Bis gleich Wuhu 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 ja aber die habe ich jetzt haben wir hier keine wer gar keine außer das waren immer in jedem Raum, also bis jetzt im A7 und in dem Raum waren es nur 3. Deswegen habe ich mir gedacht, aber das ist krass. Die Münzen waren so, naja, zu finden. Aber nur weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht kann man, naja, runtersleiden. Na ja, Münzen. So. Richtig gedacht. Jetzt können wir in das nächste Land reißen. Das Küstenland. Eine Sache ist mir aufgefallen. Wir haben unsere nie die Beschreibung von dem Land durchgelesen. Da steht so cooles Zeug. Irgendwas von den Einwohnern und so. Wir haben noch nie die Beschreibung durchgelesen. Das will ich auch noch nachholen. Nein, Kapi, bitte nicht. Nächster Sturm, Küssmann. Dort gibt es ein prächtiges sprudelndes Meer und vier gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss. Steht hier. Genau, Kapi. Was gibt es da anscheinend? Küstenland-Pluberstrand. Das Glas ist halb leer. Ja. Ja, dann müssen wir uns auch nicht geben. Sieben. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Wie geht? Und erst mal zu dem Check-Code. Genau. Ui, und hier ist der Great Cap Store. So lustig. Das, ich sage noch mal zu dem, was die Badehustelgeber sind. Aber das hat schon ein bisschen G-Wenn Sieb-Wenn. Ja, das ist richtig. Das hat schon echt richtig gemacht. bis jetzt gefällt gefällt und ich glaube unter Inseln ich habe da viel anders gesehen ja Ah Danke Ah Sind glaube ich Liga Münzen aber wie kann man da überall hoch und es ist Hä Ja das sind Liga Münzen Ah da muss ich irgendwas zu Kapan geben was richtig umspringen Frosch ausgabst als Siegungsdruck ich kann hochstrengen abgeschossen man kann sich da hochschießen aber ich glaube der tank ist nicht mehr ich bin so fett Ich habe einen Spann hier. oh die monate sind so cool aus ich war bis mega schön und es ist voll hier bin ich mal ganz schön ich bin ich stelle ich bin ich stelle es Nun können wir ja ganz schön reinbringen. Und da auch gerade. Jetzt direkt Käppi raus. Das ist wieder eine große Welt. Leider war ja eher klein. Das ist aber nicht so. Und jetzt. Zweiundfünfzig. Das ist glaube ich viel. Da gab es glaube ich noch. So. So. Das habe ich gemeint. Das ist voll die coole Karte wo alles steht. Das will ich ab sofort echt durchlesen. Und in den alten Welten natürlich auch noch nachholen. Küstenland wo Meer und Sonne sich begegnen. Blubberstrand. Ein edles Resort an einem sprudelnden Meer. Dichte Mitte. Topografie ausgedehnt. Einheimische Blubberaner. Währung muschelförmig. Industrie, Wellness, Tourismus. Temperatur durchschnittlich 31 Grad. Boah ist es schön warm. Wie schön das sprudelt. Wundersame Mischung. Die vierte Fontänen am Lubberstrand sprühen Meerwasser in Richtung des Glasturms. Das Meer hier sprudelt ist ansonsten aber recht gewöhnlich. Wird das Wasser jedoch erstmal im Glasturm vermischt, enthält es einen vollmundig eleganten Geschmack und wird zu Edelwasser. Dieses soll demjenigen, der es trinkt, Glück, Zufriedenheit und sogar Liebe bringen. Daher wird es auch gerne zu Hochzeiten gereicht. Also wollen die das Blubberwasser klauen. Der Glasturm funkelt in der Abendsonne. Einmal anstoßen bitte. Der spektakuläre Glasturm ist nicht nur majestätisch, sondern besitzt auch die wichtige Funktion, das bekannteste Produkt dieses Landes herzustellen. Das Edelwasser erbildet die vertikale Verlängerung des Glaspalastes und ist ein echter architektonischer Augenschmaus. Natürliche Feuerlöcher. Diese ungewöhnlichen Kreaturen sammeln pausenlos Meerwasser. Dieses nutzen sie zur Verteidigung, aber auch um vorwärts oder gar in die Höhe zu schießen. Okay. Das Mario-Symbol heißt, du bist hier. Fahre nach Rücksetzpunkt. Das ist ein aktuelles Ziel. Und Job ist zwei Dings. Das Kielchen wird da gar nicht angezeigt. Murani-Versteck Der Blubberstrand bietet nicht nur Spaß und Erholung, sondern birgt auch die ein oder andere Gefahr. Einer der zu meidenden Orte ist hier mit dem Leuchtturm verbunden unter Wasserhöhle. Dort hausen die Muranis, gigantische Kreaturen, die schnappen, sobald sie einen Eindringling bemerken. Sei vorsichtig, wenn du dich dorthin vertrauen solltest. Uh, die sind echt gefährlich aus. Von beeindruckender Größe. Natürliche heiße Quelle. Ein Stückchen vom Strand entfernt findet sich ein Freiluftbad, das von einer natürlichen heißen Quelle gespeist wird. Urlauber lieben den Blick auf das offene Meer. Die Quelle entstand durch Vulkanaktivität auf dem Meeresgrund und soll medizinische Eigenschaften besitzen. Einmal eingetaucht möchte man nie mehr raus. Eine nette Abwechslung zum Trubel des modernen Tourismus. Ganzkörpertauchgutgang. Entspannung pur. Eine Partie Beachvolleyball am Blubberstrand sollte man nicht verpassen. Der ansässige Trainer steht mit Rad zur Seite. Hier tönt es oft. Lasst die Partie beginnen. Ein echter Volleyballfan mit echter Bräune. Ja, die Schnecke. Ach, dann kommt mir... Ah, oh mein... Nein. 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 Schaut mal, was da ist. Da ist so ein Gerät. Wie bei Salmspringen. Muss man wirklich gegen diese Schnecke Beachvolleyball spielen? Wenn man da wieder 100 Würfe machen muss, wie beim Zeitspringen 100 Sprünge? Ne. Nein. Ey, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich habe wirklich keinen Bock. Ne. Ey, 100 schaffe ich nicht. Ne, ne. Ich hoffe, das ist einfacher wie beim Zeitspringen. Ich habe 5 Stunden oder so fürs Zeitspringen gebraucht. Ne, ich denke eher mehr. Wirklich. Ich denke echt so um die 10. Ich habe wirklich so vorm Fernseher, äh, hier am PC, keine Ahnung. Ey, ich habe es im Handheld alles probiert. Ich habe bestimmt 8 Stunden gebraucht. Safe. Ich habe 3 Tage, habe ich das versucht. Und da kommen schon 8 Stunden bestimmt hin. Ja. Das Reißland in 3 Punkten. Lass dich von der, äh, von den 4 Fontänen beeindrucken, die den Glas umspeisen. Erfrische dich im herrlichen kühlen Sprudelwasser der Blubberana. Lass dich, äh, lass dir nicht die Aktion geladenen Beachvolleyballturniere entgehen. Hehehe. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also. Das war's mit diesem Video. Äh, ich will mich mal mit meinem Abdel-Leg-Freund. Mario kann jetzt natürlich ein bisschen schwimmen gehen. Also, ciao.